Hallo und herzlich willkommen bei 3 Minuten Umweltrecht, dem Videoblog der Rechtsanwaltskanzlei Niederhuber und Partner mit Standorten in Wien und Salzburg. Mein Name ist Martin Niederhuber, das ist mein Anwaltskollege Peter Sander und wir beide werden ab sofort diesen Videoblog bespielen. Was bringt die jüngste Novelle zur Gewerbeordnung für Betreiber von Betriebsanlagen? Worum geht es im Rechtsstreit zur dritten Piste des Flughafens Wien? Wie kann ich als Unternehmer bestmöglich Haftungsfälle vermeiden? Um solche Fragen soll es in unserem Videoblog ab sofort gehen. 3 Minuten Umweltrecht heißt unser Videoblog und 3 Minuten Umweltrecht bedeutet, wir werden uns kurz fassen. Wir werden in maximal 3 Minuten alles Neue aus der Judikatur, aus der Literatur und wenn der Gesetzgeber fleißig war, aus der Logistik berichten. Wir haben uns vorgenommen, dass wir einmal im Monat, Anfang des Monats ein Video online stellen. Wenn dazwischen irgendetwas Sensationelles oder Spannendes passiert, irgendein Gericht, irgendetwas Bahnbrechendes entscheidet, dann wird es wahrscheinlich mehr als nur ein Video pro Monat geben. Ja, und wir hoffen jedenfalls, unser neuer Videoblog macht unseren Serieninnen und Serien wirklich Spaß. Wir werden jedenfalls versuchen, Umweltrecht so komprimiert und so einfach wie möglich vorzustellen. Und wenn es Ihnen gefällt, freuen wir uns über Ihr Abo.